Verstärkung ist auf dem Weg. Alle Einheiten, Straßensperre in Position. Achtung, Subjekt unterwegs Richtung Lake Virgil. Oh, halt doch denn mal, bitte, man. Wieso schaffe ich es nicht mal, mal die einfachen Cops wegzuschütteln? Jetzt kommt schon Alarmstufe 3. Oh, Mann, ey. Wow, Dankeschön. Danke für den jetzt. Ich wette mit dir, ich kriege wieder diese... Nicht mal mehr diese... Ah. Ja, ich versuche jetzt hier gerade eine Tankstelle zu finden. Also, wo ist eine Tankstelle? Ich bin hier. Wo ist eine Tankstelle? Ich brauche nicht dieses Bier-Chimp. Ich brauche keine Plakatwand. Ich brauche eine Tankstelle. Ernsthaft? Da. Nein, 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 weg! Da ist eine Tankstelle. Oh, nee! Geht das so oft wie ich will? Temperatur nicht verfügbar, freigeschaltet in 3... Okay, 4 Minuten, dann haben wir unsere. Ich habe hier eine Tankstelle gefunden. Okay, jetzt gehen wir auf den High-Speed-Tiway. High-Speed-Tiway? Das Projekt unterwegs Richtung Jefferson Hills. Und Angst, du nicht, Al-Arschloch! Alle Einheiten, Straßensperre in Position. Bleibt an der Zielperson dran. Verstärkung ist unterwegs. Ernsthaft? Schon wieder Verstärkung? Wir kommen nicht mehr weit! Wir werden gerade geämmt! Oh, Mann. Das kann ja witzig werden. Alle Einheiten, Zielfahrzeug fährt Richtung Southland Drive. Verleihsamen wir das Ziel. Zentrale an alle Einheiten. Straßensperre eingesetzt. What the fuck? Was für Straßensperre, Digga? Du machst einfach... Du bist in der Boot! Oh, Mann. Ey, wie entkomme ich den Bullen? Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Oh, Alarmstufe 4! For real! Wir erledigen den Gang, kein 0,0, nichts! Die Fritter, Sender, Sender, Sender! Nein, Digga! Was machst du? Du bist scheiße! Ich glaube, wir müssen gleich aufgeben! Oh, jetzt habe ich noch die an den Backen. Immerhin, das ist mein Auto in... Alle Einheiten, Zielfahrzeug fährt Richtung Southland Drive. Ich fahre die ganze Zeit im Kreuz, das ist mir abgebildet. Nein! Oh, endlich das Helikopterwerk! So, sind die drei Minuten schon um? Noch nicht. So, der Motor ist geschalten. Hier könnten sie mich nicht finden. Hier dürften sie mich nicht finden. Nicht schon wieder! Jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt kann ich zum nächsten Event. 12.000 Mach'n wir das. So. All in, würde ich mal sagen. All in! All in! All in! All in! All in! Okay. Ja, probier mal ernst zu machen. Und ich tue das gleiche. Da es in dem Spiel hat wirklich um so Style Drifts und solche Sachen, Geschichten geht. Wird das, würde das mit dem Lenkrad, der Lenkrad Challenge, äh, richtig schwierig werden. Hm, jetzt müssen wir nur noch überlegen. Was mache ich, wenn ich die Challenge nicht schaffe, wenn ich die Challenge nicht schaffe, hm, schaff's mal in die Kommentare, was ich sonst machen soll. Wenn ich die Challenge gewinne, dann, äh, könnt ihr auch reinschreiben, was IHR machen solltet. Wenn ich die Challenge verliere, dann, ja, bestrafen. Wenn ich die Challenge nicht schaffe, dann, ja, ich schaffe das mit dem Lenkrad Challenge. Wenn ich die Challenge nicht schaffe, dann, ja, ich schaffe das mit dem Lenkrad Challenge, dann, ja, ich schaffe das mit dem Lenkrad Challenge, dann, ja, ich schaffe das mit dem Lenkrad Challenge. mainlinee, nein, 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 vor der Ziellinie, ich verkack's vor der Ziellinie. Komm mir in der Fall unter die ersten drei Ja, bin ich jetzt gekommen, aber Ja, dann lauf doch da, ist mir doch egal Warte, hier ist so ein Spray-Ding Gut So, in die ersten paar Sessions muss ich mich wirklich konzentrieren auf das Lenkrad Und ihr könnt gar nichts wirklich vom Spiel wahrnehmen Hm, jetzt können wir uns Follow Guns auf das Spielerlebnis konzentrieren Schon krass, ne? Es gibt wirklich Leute, die... Ich hab Respekt vor denen, die wirklich mit Lenkrad fahren It's for real Muss ich wirklich sagen So Start, Geld, Straßen, Rennen Mach die Wandel Die Wette So Und eigentlich müsste ich jetzt Der Sturm Der Sturm, komm mal Es regnet übel oft in dem Spiel, ne? Verpiss dich Nichts passiert So Also Mit Controller Driften Wir merken uns easy Easy going Da warten die Bullen auf uns Alle sind noch pro Manus Alle sind noch pro Manus Ich darf nicht vergessen, ich muss das Geld danach noch in der Nacht äh Wieder verdienen Nichts passiert Ja Irgendwann Wenn Ich bin Wunder Wunder Und Seit Und Bis Die 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 ich bin jetzt erst dritter doch doch, wissen wir schon, wir fahren einfach nur rücksichtslos um zu gewinnen scheiße, wir werden gleich halt sehen zentrale, wir müssen die verfolgung aufgeben fahr unter aller sau ja muss ich ich werde sie nicht verlieren so, geschafft, perfekt ich glaube wenn ich durch dieses rohr durchfahre, dann würde ich voll zisselt eine scheiße warum ist das nächste ein Stück so weit weg warum was soll das was soll das hä 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 ich komme hier durch also ich muss naja mal was schauen ich habe schon wieder das gefühl dass irgendwas mit der aufnahme nicht stimmt und das ist gefühlt jedes verkackte mal so so also ja garage betreten also jetzt schauen wir mal ääähm so also ja garage betreten also jetzt schauen wir mal ääähm so was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt das so machen so ja garage betreten also jetzt schauen wir mal jetzt jetzt die 3 4 4 4 4 5 5 5 6 nichts noch mal glück gehabt gut jetzt geht es in die nacht die 20.000 sind safe oder hat mich großgezogen quasi in der werkstatt aufgewachsen verstehst du bei mir waren es nachtclubs hattest du nie genug von dem schuppen hier würde ich so nicht sagen das hier ist wie meine familie wenn wir weiter hart arbeiten kommen wir da stärker raus als je zuvor also ich brauche einen wagen im gefühl den haben wir dann brauchen wir ein s s plus und a plus so also hier b nicht b haben wir was für a für a plus da war was bmw m2 competition können wir zu a plus machen die 8 geht locus geht auch zu a plus kann erst vergessen wenn du in der story von der anstaltest ok ich verstehe den hätten wir schon uns fehlen 100.000 wagen leistung motor den motor lassen also nicht hier teile so so hier kann ich nichts machen hier kann ich aller höchstens noch auf sport und hier kann man auch noch auf sport ja fast ganze kohle verballert so am samstag ist die qualifikation da müssen wir haben haben wir ok warte mal so a plus s achso ich verstehe eigentlich reicht der wagen jetzt noch aus bei diesem event erhält der gewinner ein auto also los jetzt das willst du doch in deiner sammlung haben hier auto ja machen wir das wo wir das auto gewinnen können ich hoffe jetzt stimmt alles soweit sonst habe ich ein problem na wie geht's meiner goldenen ganz weißt du wie erniedrigend das klingt nicht besser klingt als sollte ich nur geld für dich einnehmen